Rilic, Stefan Blank, immer wieder viel Platz auf der linken Seite und da ist das Tor! Ein Stellungsfehler von Kahn. Untertitelung des ZDF, 2020 www.kahn.de 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 Das ist die Minute, Aachen führt, hochverdient mit 1 zu 0. Torschütze, einer der besten hier, Stefan Blank und ein Fehler für mich von Oliver Kahn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.